jo friends was geht ab heute machen wir etwas denn ich bin gerade mit karim im talk ja wir werden ihn jetzt pranken ich sage euch sogar allah will er hat mich wir haben gerade mich noch gespielt ist es gerade der 17 der 31 8 ihr seht ihr unten er habe ich geprägt wo wir gerade mich auf gespielt haben vor wegen ja oder ich springen die ganze zeit und mein character hört nicht auf zu springen und so dies da ist anders und ich werde ihn jetzt zurück pranken weil ich habe ihn auf meinem disco server gewarnt hat sogar dazu geschrieben du wirst das zurückbekommen und dieser tag ist jetzt ja für mich ist jetzt für uns beide also für mich und karim ist der 31 8 dieses video wird schätze ich mal so arm weiß nicht vielleicht zweiten oder dritten rauskommen also am 9 also 2 oder 3 9 und ich werde ihn jetzt einfach ein bisschen zurückbringen weil ganz ehrlich ja man wer mit mir so macht ihn schon mal er kriegt das wieder deswegen ja ich hätte schon mich jetzt nicht auf das kommt und dann geht's los also sich einer trauen auf diese kranja man ja ich werde mich auch übrigens ganz normal verhalten was das angeht auf das gott ich will ganz normal mit dem reden und ich werde das an cut alles hochladen bis er checkt oder bis ich halt wieder sage bis ich mich eben wieder stumpe auf das gott und sagt dass das video zu händelst oder ich tue einfach so verwiesen ja denn was genau zu einem neuen video aber sagt dann aber spaß wo ich nehme gar nicht auf wenn er seine begrüßung gemacht hat dann machen wir einfach ganz normal weiter so wie sonst und dann wird das aber so ablaufen wenn ich kein gott mehr habe entstumme ich mich nicht sondern sagt einfach umgestattung entmutet auf discord auch das war's mit dem video leute es kann also sein dass das video ein bisschen länger geht und das video wird auch unter der kategorie roblox sein und es wird so ein kleines ich sag mal so gaming und prank video in einem so titel wird sein ich pranke karim und wir spielen ragdoll mania oder ich beziehungsweise ich pranke karim und da wo dann der game name immer steht mittlerweile da kommt dann einfach regnomanian roblox sind so damit der bescheid ist so ich ermute mich wieder ei wei 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 soll sich einer trauen auf diese kran karim bruder bist du da ja man ja aber ich bin krass runter gefallen ich konnte krass nicht hoch achte ja jetzt wenn man raketenwerfer warten bis hier irgendwie kommt habe ich den getroffen krass nicht ich war doch so wenn er wieder kommt in stumm ich mich so lange werde ich einfach hier ein bisschen dort für euch geordnet der gab es gut der form ein kran und feiern mit mir ergeblich auch g akuma jetzt geht ich warte jetzt bis er wieder kommt ich höre das ja wieder da und dann wenn ich mich in stumm ok er ist wieder da ist er da ist leute aber jetzt entschne ich mich wieder was geht digga nix ora ich bin gerade auf dieser kran ja hier wird alle hoch kommen aber ich habe nicht gelassen habe ich gut gemacht was frisst du jetzt schon wieder mal ich mache ein video ne also ich werde gleich ein bisschen rector mania aufnehmen deswegen nicht mehr öffnen kurz obs starte mal zu einem neuen video hier auf meinem kanal immer wieder zusammen karin was geht ja da die begrüßen komplett umsonst ich nehme nicht auf hier schlafen ich kann alles überlaufen ich nehme nicht auf ich kann kein Bock aufzunehmen er hat gesagt was geht ich weiß ich habe gerade gesagt umsonst gesagt ich nehme nicht auf ja ja so so oh man schlafen 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 Papa gib mir kein schläge oh bra okay bis weg krank weg kommt wer geht digga hamster blaster blaster master digga was das für ein nabel digga tschüss auch noch gar nicht bums ne 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 tschüss 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 Nix. Perfekt. Ich werde gerade von einem Kollegen angerufen. Okay. Leute, ich werde das so machen, ich werde kein Outro machen, denn ich werde das Video wahrscheinlich, also ich werde mich stummen, ich werde dann einfach sagen, ich werde wieder angerufen. Und ich werde das dann so machen, dass ich kein Outro mache, sondern einfach so lange aufnehmen, bis er es irgendwie merkt oder so. Bis ich merke, so okay, ich lasse es und da halt so lange halt. So, Peach, Digga. Ja, deswegen haben wir noch prima. Er denkt auch, ich kann nicht laufen und gleichzeitig telefonieren, Digga. Auch noch nicht, Kim. Ja, deswegen, ich gehe mal wieder rüber. Es geht, Digga. Geht. Peach. Geht. Steif! Ich bin tot. Ja, egal. Ich gehe mal wieder. Ich gehe mal wieder. Ach. Ach, Digga. tschüss ey, dieser Raketenwerfer ist halt echt irgendwie ein bisschen anlucky und unfair ein bisschen weil du kannst halt einfach jeden sofort weggehauen, Alter deswegen tschüss was? tschüss Boah lass Dicke, was übernimmst du das? Dicke, geh mal geh mal Dicke Bruder hier ist einer hier ist einer Ich Зachbe Strategic Nein hast du nicht Hä Ich hab dich, trouve ich die Rakete komplett in seine FrigOLL Geschossen, Digga Ich hab mich einfach da reinge-bug gerade Bro wieso ich bin los du bist weg bist jetzt bis jetzt bis zu wo bist du denn wo bist du denn gelandet Digger Digger version 2. Machen gedanke lassen wir wieder die anderen leute weg springen ja kann man so ein großartig schön aussehen da immer weg keine hundesohn krass nicht hier ist irgendeiner lasst du mal lasst du mal auseinander den komme hoch hey das freut das freut das freut Ich drück einfach eher auf den Kopf. Geh weg, Digga! Tschüss! Boah, ja geil! Tschüss! Ah! Ach ja, chillig. Tschüss, Digga! Ich hab einfach so ne richtig fette Granat in seine Fresse geschoben. Ja, Mobbingkreis! Dich. Warte, lass mal die Typen hier auseinander nehmen. Zwei gegen zwei. Okay, zwei gegen ein. Hilfe! Ich back am Boden fest, Hilfe! Warte, ich kann dir helfen. Hat es auch geholfen?! Ah, das hat sogar gelöst. Ich kann mich hinlegen und mich drehen! Samy Rowling! Oh nein, 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 nein... Lassen wir wirklich die anderen Hubs nehmen. Oh, er ppp! Hat gar nichts gebracht! Chill! Was?! Geh mach! Ich habe mich aber selber weggeschleudert, so auf richtig random so. Alter, man... Junge, weißt du, wie heftig das aussah, Digga? Du fliegst einfach so, ich sehe eine Rakete in meine Fresse fliegen und dann sehst du, dass du daneben fliegst. So, ich bin das, ich bin das. Tschüss. Er ist tot, ne? Ja. Was? Ich habe diesen Haken gerade gehört. Stimmt, einfach da hinstellen und die Leute auseinanderhauen. Deiner Wichser, Digga. Nein, Digga, ich habe geschossen, weil da einer war. Und da war echt krass keiner. Doch, da war einer. Da war dieser andere mit blauen Haaren gerade. Sonst hätte ich doch nicht geschossen. Wie hieß der denn? Äh, warte, das ist dieser Amongo, Amongo Sauke ist das. Der hat mir sogar eine Freundschaftsamfrage geschickt. Ich habe mir auch. Ich habe zu viele meiner Freunde, dass das verstecken. Ich habe 200, ich habe 200. Ich habe das. Okay, er schießt von unten, er schießt von unten. Ich bin in die Mine wegen dem Wassergefallen. Ich weiß natürlich von wo, weil ich kann es nicht sehen. Meine Grafikeinstellung ist zu niedrig gestellt. Ich habe das. Ist das verdammt? Ich nehme mich auf. Und ich habe ein Daumen gemacht. Ich bin da neun! Oh! Ich bin dann da weg. Ich bin dann an der Daumen. Ich bin da weg. Das war's. Horsbuah maloquim. Horsbuah maloquim. Horsbuah maloquim. Ach, joh. Aber ich hätte irgendwie wirklich mal Bock, das Game aufzunehmen. Mach! So zum Beispiel so, wir schießen oder wir schießen mit Raketenleute vom Kran. Kannst du machen. Okay. Warte, ey. Ich hab OBS eh noch auf, aber ich hab das nicht zugemacht wieder. Seit morgens hab ich das auf. Warte, so. Yo Leute, was geht ab, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hab mich grad irgendwie so verschluckt, Digga. Äh, zusammen mit Karin. Wir zocken auf Raketenleute, Mania und Rodox. Ähm, wir chillen hier auf dem Kran. Und wir schießen Leute. Ja, Mann. Steff! Er ist weg! Du bist weg! Er ist weg! Oh nein, er lebt, er lebt, er lebt. Tschüss! Ja, Mann, ja, tschüss! Hä? Hä? Was machen wir Bock? Bisschen Geld für den, währenddessen. Ne, da mach ich so. Ui! Leute, ich bin da drin. Ey, das ist gar von Obrach. Geht ihr geschossen? Ey, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer! Ah! Ich bumm's! Den, du! Okay, er ist weg! Hinter dir ist einer. Immer noch eine Aufnahme! Hinter dir ist's krass, keiner mehr! Au! Au! da wäre jemand aber das bist du Achtung, hier kommt einer. Krass nicht. Warum bist du runtergefahren? Weiß nicht. Geh mal runter da. Also ich versuch mal da oben raufzukommen. Auf dieses Ding. Ja. Ja, ich bin in der Mine. Jawohl. Ist ein geiles Game. Ihr könnt das gerne selber spielen. Geht einfach mal auf Roblox Wreckdown Mania ein. Vielleicht findet ihr ja irgendwie mal eine Lobby, wo wir beide gerade zur Gleichzeit drin sind. Unsere Namen sind Karimu062008 und Mark Rumpel ist 7. Ja, einmal hier, das ist meiner. Und da ist jetzt einer. Könnt ihr gerne adden. Aber in die Kommentare schreiben. Genau. Schreibt am besten mal euren Roblox-Namen in die Kommentare, dann adden wir euch. So, warum ist hier gerade keiner auf dem Kram? Das ist der beste Kolox aus ganz Amerika. Das ist der beste Kolox. Beste. Du bist weg. Das ist der beste Kolox aus ganz Amerika. Der beste Kolox aus ganz Amerika. Beste Kolox. Kannst du mir ein Bier geben? Ich habe nur eine, eine, eine Bier getrunken. Eine Bier. Eine Bier. Eine Bier. Eine Bier. Eine Bier. Das ist der beste Kolox aus ganz Amerika. Hier ist einfach einer, der wollte auf Kran gehen, oder? Aber er kriegt Kran nicht. Das ist unser Klan. Äh, Kran. Ja, genau. Aber wo ist jetzt Kran? Das ist unser Klan, Digga. Ja, Mann. Let's go. Auf den Klan. Hilfe. Lock, no, bitch. Oh, Land. Hilfe. Du bist weg, Digga. Ja, warum packe ich mich hier mal in den Boden? Nein, ich bin in der Mine, jawohl. Ey. Ich will gucken, wie du jetzt hier runterfliegst. Oh, da fliegt der. Ah, nicht in die Mine. Oh, ich bin in die Mine geflogen, Digga. Ich häng. Oh. Digga, ich hab den, ich hab den Loop da so weggeschleudert, ne? Wir haben den Kran wieder für uns. Ja? Ja. Aua. Guck, jetzt. Das ist der beste Kolox. Ach, Mann. Das ist der beste Kolox aus ganz Amerika. Okay, das bist du, das bist du nicht schlagen, nicht schießen. Oh, mein, das ist der Jax. Oh, nein. Oh, nein. Nein. Nein, ich bin da rüber geflogen. Hö? Äh. Ähm. Digga, mobb den einfach, der sick die geht. Ähm. Können wir... Ähm, wo bist du? Guck mal auf den Baum. Hallo. Wo? Hallo. Digga, was machst du da? Den hier? Wer ist er eigentlich? Uh. Schön, dass du nur dich selbst weggeschleudert hast. Das ist gut, Mann. Ja, der ist gut, Mann. Der ist egal. Du bist einfach gespawnt und wieder weggeflogen, ne? Geh weg. Geh weg. Digga, die haben aber krass, die nicht an der Nähe. Oh, noch mal was bringen. Oha. Ah, man ist hier kiemen. Du Hohensohn. Geh nehm noch auf. Ja, oh. Weg zur Schlampe. Hunde, so. Hallo, hallo. Ich nehm auf, hallo. Ach so, ich dachte, das ist ein Prank von dir in Doma-Prank. Nein, Digga, ich nehm wirklich auf. Ich hab gesagt, ich hab irgendwie boh, das Spiel auf. Ein grüß ich ein paar Leute. Ach, Digga, nein. Bitte nicht. Hey, Revi, Ferrat Oster. Okay, Ferrat, wir gehen raus und ferratieren. Daaaang. Ja, okay. Panu, nein, Crymax Standardskill. Tawam, nenn ganz YouTube Deutschland, Rallaz. Ja, Khalifa. Ja, alles klar. Ja, aber er hat gesagt, Leute, ähm, es werden mehrere Videos von Rektor und Mania auf jeden Fall kommen. Äh, ich hab... Boah, das müssen wir jetzt wirklich noch posten. Ja, ja. Nachdem, was ich gesagt habe. Ja, Digga, du wusstest, dass ich aufnehme. Du wusstest ja krass nicht. Hey, ich hab doch gesagt, ich hab irgendwie Bock, das Spiel aufzunehmen. Da hast du gesagt, ja, dann mach. Dann hab ich's gemacht. Ich dachte, das wäre ein dummer Prank von dir. Warum Prank? Nur weil du mich vorhin mit dem Minecraft geprankt hast, heißt das nicht, dass ich jetzt den Prank mach, Digga. Danke, Digga. 14 Minuten wirklich für den Arsch, Digga. Danke. Egal. Ich schneid einfach die Stellen, wo du vielleicht rauskommst. Ich hab, das ist das halbe Video. Ja, nur die Deutschen schreien dich raus, Digga. Sowas wie Arme Nackblämmen und sowas, das lass ich drin, Digga. Juck mich nicht auf Video gelb oder nicht. Alles, juck mich doch nicht. Ja, okay. Du wusstest alles. Tschüss. Ich muss mal ein bisschen leiser machen bei UBS, Digga. Bis vor Lotto. Kommst du jetzt auch wieder auf Kranburg, oder? Mein fünfmal die Miene fand ich mir wieder in die Miene gefallen. Ich bin krass nicht in die Miene gefallen. Ich hab Bock auf clever bot. Alter, vier. Wie soll ich sagen? Ich spiel's mit dem clever bot. So, da er ja anscheinend jetzt geht, würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Video. Schaut bei Karing vorbei. Ja, Mann. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da kommt irgendwie so ein Typ. Ich hab den erst mal fett geboxt, Digga. Ja. Leute, wenn ihr mehr von Rektor Mania oder generell mal ein bisschen mehr Roblox sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann kommt mehr Roblox auf jeden Fall. Vielleicht mit Karing, vielleicht ohne Karing. Ihr macht den. Jo. Und ja. Ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. 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 Tschüssi.